Auf mein Kommando. Der Marokins und seine beiden Kumpana schießen wir zuerst. Die Siedler zu überwältigen, ist dann ein Kinderspiel. Und was machen wir mit dem ganzen Plunder? Wir nehmen das Geld. Die Waffen bekommt Betty und die Gespanne und den Rest den Plunder verkaufen gerade. Also Männer. Achtung, verdammt, was war das? Los, zweimal nach vorne an die Büsche, wir geben euch Deckung. Checkt, mein Satteltaschen ist noch dünner mit. Ich traf uns mit der Ladung eine Lücke, wir geben dir Deckung. Los, wir da jetzt feiner fort. Schieb, du hast nicht. Ich schaue auf, du hast nur Position. Ich schaue auf, du hast zwei Munitionspazierungen, aber irgendwann in der Gesellschaft wird und als Munitionspazierungen auch schon gemacht werden. Die Tür, ich will sich für euch aus. Geht gut, aber unser Team ist der Mensch schon mit. Alles klar, Mann. Andere. Jetzt geht's los. Und Corps, 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 Corps,ünüz, 독! Es geht los. Das war's. letzten moment ging leider nicht schneller aber die hallungen haben ja einigen schaden gerichtet